was geht ab youtube und einen wunderschönen guten tag kanal zuschauer und abonnenten wir spielen heute den ls19 im ls19 true farming projekt zusammen mit dem miguel hier bei der bürgermeisterwahl von den drei pappnasen die vor uns stehen schauen wir mal was da wozu kommt wie sie zu meiner linken sehen können haben wir die drei kandidaten erscheinen lassen einmal wäre es der herr feroz der herr steinfeld und der herr friedrichsen sagen dürfen anfangen sich vorzustellen und schon mal ihr konzept vorstellen wenn sie möchten gerne darf der herr feroz anfangen ja danke für ihr erschein mein name ist markus feroz bin 29 jahre jung kandidiere hier als bürgermeister für eure schöne stadt landwirtschaftlich ist hier sehr viel los habe ich ehrlich gesagt nicht viel ahnung von bin eher unternehmerisch aktiv gewesen aber dennoch stehen auf meiner agenda förderung der wirtschaft die entlastung für die landwirte und unternehmer gerne würde ich als bürgermeister mich um weitere umlagen subventionen und allgemeine erleichterung schaffen in eine neutrale persönlichkeit würde ich als amtsträger auch beibehalten entsprechend immer lösungen für die probleme in der bevölkerung suchen ich glaube es schneit machen wir kurz platz adler alles gut ich weiß auch nicht was ich habe ich habe ich habe ja tornado kommt hier reingepflattert aber alles gut ist alles schön doch das wird ja nicht schlimmer über die die öhre läppchen gezogen ja also was das denn entschuldigung feroz fenster ist zu alles gut ich würde entsprechend immer neutrale lösungen versuchen zu lösen was oder probleme entsprechend neutral zu lösen das besser habe ich aber alle 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 geileid ich bin nervös ich werde ich auch für menschenmengen bei der ist wieder und bei auch sie wollten doch durchgreifen ich bin hier 6 8 9 9 9 und der händel in 10 alles entspannend herz machen sie ganz in ruhe also wirklich ist kein problem produktionszweige für diese stadt ich habe da schon ein paar ideen und hoffe auf eine gute zusammenarbeit mit ihnen als bevölkerung dieser wunderschönen stadt und gerne stehe ich für weitere fragen zur verfügung weiß nicht wie sie es geplant haben aber man könnte ja eventuell dann am ende wenn sich alle vorgestellt hat die kleine fragerunde noch machen oder genau so habe ich mir das vorgestellt ja okay super dann dann würde ich jetzt mal da ja genau also danke schön heraus und dann dürfte der herr von steinfeld gerne weitermachen einen wunderschönen guten tag meine sehr verehrten damen und herren liebe schwarzinger gemeinde mein name ist timotheus von steinfeld ich bin ehemaliger unternehmer und architekt aus hagenstedt dort habe ich allerdings auch mit meinem partner eine pferde range betrieben das heißt ein bisschen ahnung von ich möchte schwarzingen generell als dorf oder besser gesagt als gemeinde erhalten und stärken mein gut ist es schwierig mit der zeit gehen ist zwar mehr als nur wichtig und eigentlich auch fast unumgänglich ja aber man kann einiges eigenem was schnelles internet und eine gute versorgung mit zum beispiel medizin oder anderen lebenswichtigen ressourcen ja das ist eins meiner bestreben allerdings bin ich auch dafür etwas alte gute grundwerte zu festigen wer ist ein beispiel ein bisschen ja ich glaube der fernseher raus warte mal jemand aus er ist nicht mal am strom angeschlossen der fernseher also kann er nicht rauschen haben wir ja durchzug felser sind zu rauscht immer noch irgendwie taub auf dem linken also ich bin linksseitig taub alter reitunfall wir sind zwar mit einem kleinen markt oder wo jeder seinen kleinen kleinigkeiten verkaufen kann dir selbst produziert hat kirschen kreidel mehl oder eier oder irgendwie so kleinigkeiten einfach möchte aber trotzdem auch durch die kleinen rechenfehler die ich mitbekommen habe bei der stadt durch den neuen bau des gemeindehauses möglichkeiten schaffen vielleicht eine neue subventionen einzuführen groß die sein werden kann ich natürlich erst nach genauerem blick in die bücher einführen oder sagen ja haben wir kein geld ich möchte außerdem auch die möglichkeiten vielleicht neue wege finden und export von waren für fahrzeuge für die ordnungsmäßigen maschinenhändler oder für die ordnungsmäßigen händler schaffen des weiteren planen ich auch neue fruchtzuordnung produktion vielleicht wenn es möglich ist einzuarbeiten vielleicht eigengebrautes bier mit schwatzinger hopfen oder ein ganz neues weingebiet wenn dieses möglich ist durch den boden ich hätte schatz ihn auch gern wieder vielleicht wenn wenn es das geld die zeit und der betrieb hergeht mit einer kleinen forstwirtschaft auszustatten damit wären wir vielleicht wieder konkurrenzfähig mit einem kleinen pack schnitzel kraftwerk was fernwärme organisiert was strom betreibt und wir hätten wieder neue wälder wir hätten eine gut gepflegte umland ein gut gepflegtes umland was auch mit den neuen bäumen der umwelt sehr gut tun würde meine veranstaltungen und feiern sollten vielleicht dabei auch nicht zu kurz kommen denn nur wer freude und spaß hat hat ein erfolgreiches und in dem fall dann auch ein erfülltes leben mein armen ich habe jetzt sehr viel geredet und vielleicht auch war jetzt nicht unbedingt all das dabei was ich wahrscheinlich alles im kopf habe was ich erreichen möchte und den anderen helfen möchte aber ich würde mich freuen wenn ihr mir eure stimme geben wird und ich bedanke mich für eure aufmerksamkeit ja dankeschön dankeschön für danke steinfeld dann wären wir schon bei unserem dritten und letzten kandidat der herr friedrichsen bitte hallo herr nölling darf ich dann gar nichts zwischen werfen ja ja du musst in deinen den holen arbeiten während der wahl hier was dort muss in der arbeiten wer muss arbeiten deinen mitarbeiter warte ganz kurz ja wo bist du ja ist jetzt noch im klo ich komme direkt hast du noch gearbeitet ja ich war direkt fertig hier und da saß ich im container die tür klemmt und jetzt muss ich raus und dann bin ich wieder rein und jetzt muss ich noch sitzen bleiben bis ich fertig bin ich kann nicht so ich kann aber sofort alles klar ohne entschuldigung weiter geht es ein problem ich dachte mir hier wenn du nach lachen kannst ist alles in ordnung hat gearbeitet ich kann mich nicht beklagen läuft ach ja hast du kekse nein so hallo meine lieben bürger mein name ist der peter ich bin peter friedrichsen ich würde gern euer bürgermeister werden ich habe mehrere ziele mit der stadt ein paar davon will ich euch kurz vorstellen und zwar mein erster punkt auf der agenda ist ich möchte mehr tourismus nach schwarz hinbringen einige von euch denken jetzt bestimmt oh mein gott tourismus das hat ja gar keinen nutzen für sie landwirte sondern nur für die stadt zwecksteuernahmen etc aber genau das will ich nicht ich will den touristen anbieten bei ihnen den landwirten zu arbeiten und den leuten aus den umgebenden großstädten zu zeigen dass die milch eben nicht schon fertig aus flaschen aus der kuh kommt dass strom zum beispiel nicht nur mit atomen und kohle erzeugt werden kann sondern auch mit einer bga und dass bis das alles vom feld auf ihrem teller landet ein menschliches maschinelles und logistisches meisterwerk ist mein zweiter punkt ist ich will vor allem die kleinen landwirte unterstützen und denen unter die arme greifen wenn sie bestimmte hervoraussetzungen erfüllen wie zum beispiel wenn sie sich anstrengend fürs tierwohl wenn sie nachhaltige landwirtschaft betreiben und zu guter letzt habe ich vor einen agrarfonds einzuführen in dem kann jeder interessierte einzahlen und damit kann man bauern unterstützen die zum beispiel klimabedingt ihre ernte verloren haben oder bestimmte anschaffungen tätigen müssen um wettbewerbsfähig zu bleiben somit glaube ich dass sowohl den landwirtschaften als auch der gemeinde schwarzing geholfen ist dass wir eine florierende wirtschaft haben und einen florierenden tourismus ich habe noch weitere punkte auf meiner liste dazu aber dann später mehr und ich würde mich bei ihnen bedanken und sagen für ein großartiges spazieren gut vielen dank herr friedrichsen moin schloss verpasst ach und da herr blumen sind sie auch da grüß gott schön schön durchfall also ganz ehrlich die zwei sind wir sind die arbeiter vom dienst ich habe eben was von strom gehört am klo genau bga ja das sind wir wie heißt die maus und ihr pinkie und brain genau ohne schein strom kommt von uns hier her von friedrichsenstein herr ferus ja ganz kurz können sie noch mal ganz kurz nur mal punktuell nur noch mal kurz sagen was ihre hauptthemen waren weil es war jetzt schwierig das ging sehr sehr schnell alles es war jetzt schwierig das das irgendwie mitzuschreiben oder so mich wird nur noch mal noch nur mal ganz kurz die hauptpunkte interessieren primär ist es die förderung der wirtschaft in form von entlastung für die unternehmer landwirte ansässigen händler ja förderung in form von eeg umlagen und diverse subventionen sowie eventuelle steuererleichterungen wobei da muss man halt erstmal in die bücher gucken ok herr steinfeld was war das bei ihnen ähm kommt darauf an was jetzt genau mein ich möchte mich generell für die gemeinde schwarzingen so einsetzen dass jeder was davon hat dass der import was hat der export dass die händler was haben damit die bauern was haben dass dies einfacher haben dass händler es einfach haben und ich möchte schwarzingen als gemeinde so erhalten dass es eine eingesessene gemeinde nicht überlaufen wird mit irgendwelchen neuen modernen äh sachen die irgendwas kaputt machen können ok 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 und herr friedrichsen bei ihnen war es dieser dieser von einmal ne der agrar von den tourismus in stadt schwarzingen stärken und die kleine landwirte unterstützen ok war doch eben irgendwas von bier habe ich schon gehört wer war das mit dem bier das war ich gut wunderbar das war ich mit dem bier perfekt ich hab gesagt wie wärs mit den äh neuen äh früchten wo dann auch beispielsweise eigenes bier gebraut werden kann original schwarzinger das bier hat geschaltet bis zum klo das habe ich gehört bis zum klo perfekt ja kannst du den wieder arbeiten schicken aber man sie hat noch nachgefragt genau aber ich sage doch nicht dass die wahl ungültig ist weil ihr einer fehlt oder was auch immer ich habe auch noch ähm können sie das ein bisschen mehr herr friedrichsen können sie das ein bisschen mehr konkretisieren was wie bitte welchen punkt jetzt genau ja äh und zwar was diesen fond betrifft ich finde diesen fond tatsächlich sehr interessant äh für was der alles äh greifen soll dann also sie hatten ja schon angemerkt die zum beispiel wenn wenn es jemand erwischt mit ernteausfall oder sonstigen sachen und ja ähm ich hatte mir das so gedacht dass ähm sich alle interessierten bei mir melden könnten und da muss man natürlich schauen wie viel interessierte gibt es wie hoch wird dann jeweils die summe was eingezahlt wird ich hatte mir das vorgestellt einmal ein quartal eine bestimmte summe die in den fond eingezahlt wird damit eben auch mittel vorhanden sind und dann wenn eben zum beispiel bei ihnen am hof einfällt äh nicht mehr erdbar ist aufgrund von klimatischen verhältnissen oder wenn sie sagen ähm sie brauchen jetzt unbedingt diese und diese maschine damit sie den wettbewerb standhalten können damit sie nicht ihren laden zusperren müssen dann kann man das prüfen ob man dann gelder aus dem fond aus zahlt eben äh und dann muss man schauen entweder zinsfrei zurückzahlen oder eben dann verzins je nach summe das muss aber muss ich ganz ehrlich sagen das ist eine gute idee wie ich finde aber das obliegt natürlich immer einer extrem umfangreichen und genauen prüfung das würde ich auch sagen das ist richtig da muss man schon wirklich ganz genau schauen ich habe mal bist du fertig michael dafür erstmal ja ich habe ja gerade hier umlage gehört heißt mehr kosten für alle und mehr geld für die bga oder was soll das heißen unter anderem es soll halt der ökologische anbau auch gefördert werden entsprechend auch durch die ökologie entsprechend der strom vergünstigt werden für die bevölkerung und dadurch fördergelder für aufbereitenden betriebe fördert werden also du denkst dass du mehr kohle kriegst aber es ist so dass die leute weil sie die strom brauchen weniger bezahlen müssen und du den rechster westhalt gefördert ich weiß ja also ich habe auch hier noch ein vorni und dreh hier die sammeln ja aber von tourismus und war belegt hat die büro's lernen sagen wo die melke ich sag mal den buch kommt aber war das denn mit so ich produziere kein getreide was irgendwie für irgendwelche nahrungsmittel oder sowas ist letztendlich wo ich mir ein paar pappeln an damit ich hier paletten bogen kann damit hier in uns gemänt selber die produktion wieder loben wo kann man denn sorgen dass mir unterstützen du machst doch schnapps kirchen schnapps oder wo das war nebenbei oder also in erster linie zählen sie für mich dann als unternehmer da wären steuerliche vergünstigung oder allgemeine förderung für unternehmer die möglichkeit okay bei mir wäre es beispielsweise so es gäbe die möglichkeit wie ich vorhin schon angesprochen habe vielleicht für den export da müsste ich mich aber genauer einlesen wie das hier zu ort funktioniert es ist ja auch so dass ich subventionen subventionen plane die sie dann nutzen können für neue maschinen für mitarbeiter wie auch immer wie auch das ganze wieder vonstatten läuft ist leider zu 100 prozent erst später sagbar nur dass ich mich dafür einsetze kann ich ihnen sagen des weiteren ist es ja so dass wir produkte ja wie gesagt aushalten können wenn ich jetzt beispielsweise sage es gibt die möglichkeit wein anzubauen oder hopfen damit sie ihr eigenes bier brauen kann wenn sie eine braulizenz haben können sie beispielsweise eine brauerei aufmachen die wir ihnen subventionieren können die wir ihnen auch von bürgerlicher beziehungsweise städtischer seite unterstützen können die sie natürlich abzahlen können oder man macht es auf einen zinsloses darlehnen gibt es ja mittlerweile auch und somit können sie das was sie haben entweder erweitern ausbauen oder einfach nochmal was dazu nehmen wenn ihnen das arbeitstechnisch möglich ist ich hätte auch noch eine frage an die drei kandidaten wie halten sie es mit der zusammenarbeit mit dem stadtrat beziehungsweise mit der ansässigen polizei und wie halten sie es mit der finanzierung ausstattung von notarzt und feuerwehr wenn ich das kurz ausschneiden darf fast weil wie vorhin schon erwähnt hatte ich bin für eine grundlegende standard version das heißt ich möchte natürlich so sachen die wichtig sind die medizin feuerwehr polizei so sachen müssen gestärkt werden weil die brauchen wir tagtäglich das sind wichtige sehr sehr wichtige punkte und ich meine der ein oder andere hat vielleicht ein problem damit wenn er mal mit 50 in der 30er zone aufgehalten wird ich meine ich bin jetzt auch kein kein mensch mit heiligenschein wo ich jetzt sage okay gut ich halte mich zu 100 prozent an alles was jetzt bin ich ganz offen und ehrlich zu wissen gut zu wissen sie dürfen mich gerne mal kontrollieren herr beyer und ich sage jetzt mal so teamarbeit mit stadtrat und sowas das ist wichtig nur als team kommen wir voran ein mensch allein kann nicht so viel bewegen wie ein ganzes team das team ist wichtig das heißt alle müssen miteinander spielen die gemeinde der stadtrat die ämter die feuerwehr die polizei denn oder sie müssen alle miteinander zusammen spielen und das ist das worauf ich setze das team wir können und müssen miteinander zusammenarbeiten und ich bin einer ich möchte miteinander zusammenarbeiten und ich möchte auch im team arbeiten denn nur so sind wir stark wenn ich da noch mal was dazu sagen kann ja ganz kurz eine bitte nur kann derjenige immer vortreten der kann spricht ja damit man weiß ja 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 und zwar bei mir ist es so man sehr gefragt hat und den ganzen polizei et cetera polizei rettungsdienste feuerwehr et cetera das muss natürlich vom staat unterstützt werden und von der gemeinde das ist keine frage beim stadtrat hätte ich allerdings so gemacht ich habe aus vergangenheit und durch recherche in schwarzing öfter mal mitbekommen dass es hier zu einigen reibereien kommt zwischen bestimmten bewohnern daher dies ganz einfach so gemacht damit da nicht immer der bürgermeister ein schlichtendes gespräch führen muss hätte ich da den stadtrat mehr eingebunden weil ich der meinung bin dass ein bürgermeister an sich tagsüber sehr beschäftigt ist und sehr viel zu tun hat und damit auch der stadtrat definitiv mehr eingebunden wird und mehr zu tun hat ich weiß die im stadtrat sind nebenbei auch noch in der landwirtschaft tätig aber dafür ist ein stadtrat da ja und wie gesagt polizei rettungsdienste feuerwehr müssen wir definitiv mehr aufstocken damit wir auch für andere situationen die wir bis jetzt vielleicht noch nicht hatten besser gerüstet sind die arbeit mit dem stadtrat ist sehr wichtig weil alleine kann man nichts bewegen in der gemeinschaft ist man stark genauso sehe ich es mit den hilfsorganisationen man muss halt gucken dass unsere hilfsorganisationen auf neuesten stand der technik sind wobei da ist halt immer die sache deshalb man muss sich erstmal rein fuchsen und gucken wie sieht es mit den finanziellen mitteln der stadt der gemeinde mit förderung seiten des landes aus ok danke noch jemand der eine frage hat der ring oder wollte doch gerade noch was sagen ja an den herrn von steinfeld von steinfeld sie sagten ja sie wären architekten das heißt dann würde ich stadt ja geld sparen wieder indem sie die ganzen gebäude die eventuell hier entstehen ja selbst planen könnten und wir kein ex architekt dafür beauftragen müssen das heißt die steuergelder würden gespart werden richtig so ist das ich könnte rein theoretisch da ich dafür ein länger gemacht habe auch fair und einmessen das heißt ich kann jetzt beispielsweise wenn sie ringele sagen sie möchte eine hoferweiterung kann ich ihnen auch alles fair einmessen und kann da direkt den plan daraus machen lieber den stadtrat vorlegen könnte zur begutachtung ob wir diesen so stark geben können ich sage jetzt mal so als bürgermeister in einer gemeinde wo der stadtrat mitarbeitet wo die bürger was dafür tun ist immer genug zeit anderen zu helfen ist immer genug zeit für den anderen da zu sein und ich werde auch die zeit finden dies zu tun denn als bürgermeister die ich nicht nur da um bürgermeister zu sein um papierkram zu machen sondern ich werde auch draußen rumfahren den leuten helfen wo es nur geht mutig mutig das sind große worte aber die knöllchen machen die bezahlen aber dann selber ne meine knöllchen bezahle ich selber das ist richtig verlor so dann bist du mir mal so weit ich das mitbekommen habe verkaufen sie kirchen und weil ich das auf der karte richtig sind die kirchen auf einem berg da ist doch normalerweise keine polizeikontrolle dabei vielleicht sollten sie dies nicht einführen wollte ich nicht einführen hast du nur einfach in die serien kommt irgendwas sollst du irgendwo einführen hat er gesagt ich habe auch nicht gehört dass ich irgendwas wir haben sind übrigens sehr gut ausgestattet habe ich mir sagen dass ich habe versucht vorhin ein nickerchen aufzuhalten wer ich habe versucht ein nickerchen aufzuhalten es sind sehr weiche betten muss ich dazu sagen ja da sind keine zählen da sind halbe hotelzimmer hier da müssen wir eh da mal mit der stadt reden ich meine der plasmafernseher ist größer als den den ich zuhause in der villa stehen habe oh noch ein plasmafernseher ja 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 sie haben eine villa ja eine kleine mit mit pool ich weiß nicht sie können sie mal ausprobieren sie können ja ich hätte dann auch noch eine Eine, aber der Herr Jäger. Ja, und zwar den Herrn Steinfeldt. Sie hatten ja vorhin das Thema Forst mit angesprochen. Was genau haben Sie sich denn da vorgestellt? Also ich habe mir vorgestellt, wieder eine Forstwirtschaft aufzumachen. Das heißt, das Abforsten und Aufforsten von Wäldern, was ja für die Umwelt nicht nur wichtig ist, sondern auch was Umsatz bringt, was Arbeitsplätze schafft und dadurch vielleicht auch durch ein eigenes Kraftwerk zu Energie und zu Fernwärme produziert wird. Was wiederum heißt, wir produzieren unsere eigene Energie, müssen nichts von irgendwoher weit herkarren, produzieren unsere eigene Wärme, müssen nichts von irgendwoher teuer Gas... Wow, 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 wow. Was? Stopp, 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 stopp. Ich meine nicht Biogas. Es gibt auch Butan-Proben aus anderen Möglichkeiten. Genossenschaft, den wählen wir nicht. Moment, ich war eingeschlafen. Hey, das ist ja so, dass ich ja eigentlich dafür da bin, das Alte zu wahren und das Neue vielleicht auch mit einzuführen. Wie gesagt, dieses Kraftwerk kann nicht nur Arbeitsplätze schaffen, sondern wird ihnen allen guttun, indem sie regional eine Stufe höher, was den Strom noch angeht, arbeiten können. Da können viele Firmen ineinander greifen, vielleicht sogar aushelfen, vielleicht eine etwas größere Sache draus machen. Und wir könnten da wirklich drüber Projekte große schaffen. Abforsten, aufforsten, das ist ein großer, großer, großer Bereich im Wald. Ich sehe unsere Gewerbe in Gefahr. Also ich sehe, dass es so, dass unsere Hörungen her müssen. Meine 400 Stimmen im Kopf sind halt auch noch ganz kritisch gerade. Gar nicht gut. Wir werden arbeitslos werden. Wir sind am Arsch, oder? Wir werden arbeitslos, und dann? Wo soll ich denn hin? Keiner von Ihnen wird arbeitslos. Können wir vielleicht noch die anderen zwei zu Wort kommen lassen? Ich habe doch nur einen Container. Ja, dann gehe ich dort mal abdrücken. Meine Herren, und zwar, Herr Friedrichsen, ich habe da mal noch speziell an Sie eine Frage, und dann noch mal an alle drei. Und zwar, Herr Friedrichsen, Sie hatten ja erwähnt, Sie würden auch kleine Landwirte unterstützen. Da würde mich mal interessieren, ob Sie da nur speziell die kleinen Landwirte unterstützen, oder wie es da auch eventuell mit Kleinbetrieben aussieht, und inwieweit Sie sich das da genau vorstellen. Ja, mir geht es hauptsächlich darum, dass es in Schwarzingen nicht nur Bauern gibt, die Millionäre, Millionäre, Milliardäre sind, sondern dass es auch andere Bauern gibt, die, sage ich mal, vielleicht nicht so glücklich sind. Mir geht es darum, ich subventioniere gerne Höfe, wo ich sehe, da wird was fürs Tierwohl getan. Und damit meine ich nicht eine artgerichte Tierhaltung, weil die ist ja sowieso schon Voraussetzung, sondern da, sage ich zum Beispiel, dass vielleicht in einem Kuhstall nicht 300 Kühe auf einem Fleck stehen, sondern dass man dann vielleicht drei Kuhställe baut, damit die guten Tiere auch ein bisschen Platz haben. Ah, okay, also quasi so Massentierhaltungstechnik, das wollen Sie? Also das finde ich gut. Das finde ich gut, Herr Friedrichsen. Ja, ich sage mal, Massentierhaltung sowieso ist jetzt nicht so toll, aber wenn ein Landwirt auf mich zukommt und sagt, er hätte gerne eine Subvention, dann schaue ich mir diesen Hof natürlich an und entscheide dann, ob er eine bekommt oder nicht, weil wenn jetzt ein Landwirt zu mir kommt, der schon 300 Schafe hat und sagt, er würde gerne einen Schafstall bauen, um nochmal 300 reinzuknatschen, dann denke ich mir, okay, ist vielleicht nicht so gut. Das würde sich genauso wie das. Dann, meine Herren, an Sie alle drei, habe ich mal noch die direkte Frage. Harry, Harry, was war denn mit dem Ferus, der sollte ich auch noch was sagen? Den Herrn Friedrichsen hatte ich nur die Frage und dann eine Frage an alle drei, wo Sie gerne alle drei antworten können oder nicht. Wir waren jetzt nochmal kurz mit der Brauerei. Das war der Ferus. Nee, okay, ich hatte keine Brauerei in meinem Konzept. Wer ist das rausreden darf, das war ich mit der Brauerei. Ja, Harry, hau mal raus hier. Ja, also meine Frage an Sie drei, meine Herren, wäre, es ist ja nun wie bei jeder Wahl, wir haben es ja nun auch schon öfter erfahren, viele sagen und versprechen und tun und machen und tralala. Verstehen Sie es nicht falsch, aber wir in Schwatzingen sind halt mittlerweile eine wirklich eingeschworene Gemeinde, stehen zueinander und da fehlt uns natürlich der wunderbare Bürgermeister vorne ran. Und ja, meine Herren, wie würden Sie sich denn, sage ich mal, am besten ins rechte Licht rücken, um uns wirklich davon zu überzeugen? Denken Sie dran, wir sind gebrannte Kinder. Kann ich anfangen? Wir machen auf jeden Fall. Sehr gerne, also nur zu. Also, ich sage es mal so, in der Wahl sagt ein Bürgermeister immer sehr schön, dann sieht er die Zahlen und sagt sich, okay, es ist doch nicht so umsetzbar. Bei mir ist es so, ich habe mir ein Konzept ausgedacht, wo ich definitiv auch egal, wie die Gemeinde jetzt dasteht, das auch umsetzen kann. Weil ob Tourismus nach Schwatzingen kommt oder nicht, das hat nichts damit zu tun, wie viel Geld hat die Stadt, sondern wie viel Werbung macht sie, beziehungsweise wie offen sind die Landwirte dafür, dass Touristen auf ihrem Hof arbeiten. Das mit dem Agrarfonds, da zahlen ja die Leute ein, bevor dieser Fonds überhaupt entsteht. Das mit den Subventionen, das muss er natürlich prüfen, stehen da noch Mittel zur Verfügung oder nicht. Aber das schätze ich, so viel Geld müsste die Stadt noch haben. Vielen Dank, Herr Ferros. Ich hätte auch noch eine Frage. Ja, nee, jetzt lass mal beantworten. Ich habe ja vorhin schon bei der ersten oder zweiten Frage gesagt, es kommt immer darauf an, wie gleich die finanziellen oder später, die finanziellen Mittel da liegen. Da müsste man erst mal die Bücher prüfen. Deshalb, ich kann jetzt viel euch versprechen, nur ob ich es halten kann, weiß ich jetzt einfach nicht. Versuch mein Möglichstes. Ich will Hand in Hand mit euch arbeiten. Tut mir leid, dass ich leider nur Versprechungen machen kann und jetzt euch nicht zu sagen kann, dass es klappt. Danke. Ich meine, gut, leere Versprechungen sind bei irgendwie jeder Wahl tatsächlich dabei. Doch sind Versprechungen auch möglich, wenn man jetzt sagt, es ist nicht nur eine Versprechung, sondern es kommt aufs Ganze an. Ich möchte nicht geldabhängig unbedingt was, alles oder in dem Fall nur alles erreichen, sondern wir können als Gemeinde Hand in Hand zusammen, Höfe, Gemeinde, zusammenarbeiten. Wir können zusammen vieles erreichen. Und ich meine, wie schon mal gesagt, das Feiern sollte dabei nicht zu kurz kommen, denn Spaß haben sollte jeder Mensch. Ich meine, ich bin auch ein Mensch. Ich feiere gerne mal mit, wenn es geht und auch nicht unbedingt über alle Maße hinweg. Aber ich bin für jeden da, der was von mir braucht, der mich braucht. Und wenn es irgendwo mal Not am Mann ist und gerade jemand in der Arbeit versinkt, finde ich auch bestimmt noch eine Minute, wo ich da mit einspringen kann und helfen kann. Ich basiere mein ganzes Konzept auf Menschlichkeit und auf dem Vertrauen gegeneinander. Genau. Ich würde gerne wissen, wie alt die Herren sind, ob die das alles noch erleben, was sie zu versprechen. Ich bin 29. Ende 20. Das lang. Die anderen beiden Herren. Ich bin auch Ende 20. Ich bin Anfang 20. Oh, Anfang 20. Ähm. Ach so, eine kleine Frage hätte ich noch. Wer sollen denn die Urlauber bezahlen, die bei uns auf dem Hof arbeiten dann? Aber ich werde überhaupt keine Urlauber auf dem Hof arbeiten. Was ist das für ein Nonsen? Mal abgesehen davon, dass ich jetzt in meinem Programm dazu nichts hatte, gäbe es da eine Möglichkeit vielleicht zu sagen, dass die Urlauber bei Ihnen Urlaub auf dem Hof machen und sich quasi ihr täglich Brot bei Ihnen erarbeiten. Das heißt, So hatte ich mir das auch vorgestellt, tatsächlich. Äh, gut. Wir müssen wehen. Ja. Wunderbar, meine Herren. Gut, meine lieben Freunde. Wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen. Schaut auf jeden Fall zur nächsten Folge vorbei. Wer wird Bürgermeister? Es wird spannend. Schaut auf jeden Fall bei Miguel vorbei. Alles unten in der Videobeschreibung. Und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss und bis zum nächsten Mal.